Hallo meine Lieben, ich drehe jetzt den Orakel aus Angels. Was haben die Engels für Botschaft an euch? Und diese Karten hier, Weisheitskarten, Weisheitskarten der Seele, da lese ich noch vor, was für Botschaft sich da verbindet. Ja, und ich. Das sind so schöne Karten von Colette Bairn-Wright. Die Mag. Weisheitskarten der Seele. Das mache ich dann am Schluss, ja? Okay, dann beginnen wir. Stapel 1, 2 oder 3. Das haben wir jetzt Orakels Angels, das habt ihr für Botschaften, ja? Alle meinen Legungen für die Leute da draußen. Drei Karten. Karte Stapel 1, Karte Stapel 2, Karte Stapel 3. Was mache ich für Botschaften, ein bisschen mehr so? Okay, jetzt sind wir an. Ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so. Botschaft. Dankeschön. Verschiedene Botschaften am Tisch, ja? Hier. Und das sind zusätzliche Botschaften zu den Stapeln, okay? Mit Kippertkarten. Drei Karten, Stapel 1, 2 oder 3. Jetzt die Botschaften, die Leute da draußen. Ich möchte, die Leute da draußen nicht sagen. Dankeschön. Okay. Stapel. Stapel 1, was hast du hier? Trübe Gedanken. Lebenserfahrung. Erzengel Chamuel. Du hast momentan trübe Gedanken. Du machst dir zu viele Gedanken an eine Sache. Und das hat mit Lebenserfahrung zu tun. Und die Engel, die Engel wollen dir sagen, ein wichtiges Ereignis im Leben, eine Enthüllung führt zu Veränderungen. Zeit, deine Flügel auszubreiten. Und es hat mit deiner Lebenserfahrung zu tun. Du machst dir Gedanken, ja? Was wollen die Engels dir noch sagen? Stapel Nummer 1. Was hast du noch hier? Hier hat es unwahrscheinlich, ja? Irgendetwas, ja, möchtest du in deinem Leben oder du wirst erfahren in deinem Leben oder du machst dir sehr viele Gedanken. Und die Engel wollen dir sagen, unwahrscheinlich, ja? Vielleicht nimmst du dir etwas vor in deinem Leben. Und die Engel wollen dir sagen, unwahrscheinlich, ja? Und sie wollen dir noch mitteilen, überwinde von Schwierigkeiten. Lebenserfahrung, du machst dich drüber Gedanken, ja? Eine Sache ist unwahrscheinlich. Vielleicht hast du das Gefühl, doch, das wird so sein. Das kommt so. Und die Engel wollen dir sagen, so spüre ich, unwahrscheinlich. Du machst dich zu viel drüber Gedanken. Okay? Überwindung von Schwierigkeiten. Du wirst es überwinden, ja? Diese Enthüllung, ja, führt zu Veränderung. Ganz wichtig aufpassen, ja? Eine Karte zieht die andere. Versteht ihr? Das ist alles in Resonanz mit dir. Erzengel, das ist eine ganz schöne Karte. Schau mal, diese Engel da. Wow, schön. Sehr schön. Ich liebe, es fasziniert mich immer wieder, wie wunderschön diese Karten sind. Okay. Erzengel, Jeremiel, Überwindung von Schwierigkeiten. Das Schlimmste hast du jetzt hinter dir. Und du überwindest, siehst du, problemlos alle vorherigen Herausforderungen. Eine wichtige Ereignis im Leben. Lebenserfahrung. Trübe Gedanken. Du machst dich Sorgen. Oh, die Karte möchte ich nicht. Oh, jetzt. Trübe Gedanken. Du bist hier. Da ist ein Mensch. Das bist du. Und du schaust nach unten. Du siehst keinen Ausweg. Trübe Gedanken. Ja, da. Noch einmal. Ja, Lebenserfahrung. Erzengel Kamuel. Ein wichtiges Ereignis im Leben. Eine Enthüllung führt zu Veränderungen. Zeit, deine Flügel auszubreiten. Überwindung von Schwierigkeiten. Erzengel, Jeremiel. Das Schlimmste hast du jetzt hinter dir. Und du überwindest problemlos alles vorherigen Herausforderungen. Okay? Stapel Nummer 1 gewesen. Stapel Nummer 2. Oh, wow. Der Stern. Der Stern ist Erfolg. Der Stern ist sehr hochspirituelle Karte. Das ist auch, ich bin, manchmal bin ich einfach baff. Wie die Karten Resonanz sind miteinander. Wie das ineinander schmelzt. Merkt ihr das? Sehr schön. Danke, danke, danke. Glückliche Zeiten. Plane positiv, optimistisch und langfristig. Auf dem richtigen Weg. Auf dem richtigen Weg. Positive Ereignisse. Positiv. Plane positiv. Positive Ereignisse. Wie ein, es kommt dir vor. Wie ein Geschenk. Geschenk bekommen. Sehr positiv. Was sollen die Karten dir noch sagen? Stapel Nummer 2. Glaube daran. Glaube daran. Ja? Glaube da. Positiv. Sehr schön. Du weisst, was zu tun ist. Nochmal sehr, sehr in Resonanz. Du weisst, was zu tun ist. Erzengel Uriel. Vertraue, glaube daran. Vertraue deinem inneren Wissen. Und setze es ohne Zögel in die Tat um. Stapel Nummer 3. Oh, Entschuldigung. Die Herrscherin. Erzengel Gabriel. Reihalt die Gefühle. Hauche deinen Träumen. Leben ein. Gib dir selbst und anderen die Gelegenheit zu wachsen. Neubeginn. Etwas beendet sich. Ja? Etwas ist. Etwas Ende von einer Angelegenheit. Transformation. Oder Wandel. Neuer Anfang. Ein totes Fall. Nicht verschrecken. Ja? Die sind mal. Ja, das gehört zu jeder Kartendeck. Decks. Ja? Der Tod. Nicht verschrecken. Ja? Der Tod sieht schlimm aus hier in dieser Kipperkarten. Ja? Der Tod. Nicht verschrecken. Ja? Ich deute nie. Ja? Das ist ein Tabuthema bei mir. Wie Gesundheit. Tod und Gesundheit geht es bei Kometalus nicht. Es ist für mich ein Tabuthema. Das. Ich rede nie über das. Das ist für mich weg. Ich deute nicht. Für mich ist der Tod hier. Ein Todesfall ist für mich Transformation an einer Sache. Ja? Ja? Etwas muss abgeschlossen werden. Beendet werden. Damit etwas Neues geboren kann. Ein Neuanfang. Ein Wandel. Transformation ist ein Wandel. Ein Wandel am Tisch als Mensch. Ein Wandel in eine Phase. Ein Wandel. Transformation in eine Sache. Das bedeutet für mich. Ja? Dass ihr wisst, was gemeint ist. Ist sehr wichtig. Ja? So. Was kommt noch für Stapel 3? Ja. Ja. Diese Karte bestätigt das hier. Ja? Ah ja. Okay. Schön. Intigo und Kristallkinder. Intigo und Kristallkinder. Erzengel Metatron. Du hast einen guten Draht zu Kindern. Vor allem kannst du Kindern helfen, die besonders empfindsam sind. Das ist auch eine Botschaft an dich. So, meine Lieben. Das war ein interessanter Orakel. Ja? Also, die Karten, super. Super, 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 super. Sehr schön. Ich mache noch mit dieser Karten hier drei Botschaften. Ja? Sie heißen, was heißt es da in der Seele, ja? Karte 1, 2 und 3 unterlesen die Botschaften. Okay? Wenn es nicht gerade die Deutung sichtbar klar ist, ja? Karte 1, 2 und 3 unterlesen die Botschaften. Oh, Karte 2, 3 und 3 unterlesen die Botschaften. Karte 1, 2 und 3 unterlesen die Botschaften. Oh, ich muss einen Schiff. Entschuldigung, Kaffee nehmen. Okay. Weiter geht's. Karte 1, was hast du hier? Neues Leben. Neues Leben, ja? Bedeutet für mich jetzt ein neues Leben, neues Kapitel, neue Phase. Etwas beginnt neu, ja? Neue Entwicklung, neue Hinsicht, ja? Okay. Neues Leben. Karte Nummer 2, im Sumpf. Karte Nummer 3, Heilung. Wenn du hier gewählt hast, du bist im Heilungsprozess, ja? Bitte, Zauberwort, sich ganz gut merken, ja? Bitte darum, dass dein Schutzengel, ja, das Göttliche, dich heilt. Du bist im Heilungsprozess. Das kann sein in deinem Inneren, ja? Wenn du eine Phase durchgemacht hast, die nicht einfach war, oder wenn du wieder dein Herz musst öffnen für die Liebe. Heilung, du musst heilen. Bitte, um deinen Schutzengel, dich zu heilen. Bitte darum, dass Göttliche dich heilt, ja? Glaube daran, vertraue, ja? Okay. Und was ist Karte Nummer 2, 24? Du bist, das ist Nummer 2, du bist aufgefordert anzuhalten, um des Wunders deines Lebens inne zu werden. Aufrecht. Sich festzufahren ist manchmal das einzige Mittel, um sich selbst zur Langsamkeit und einer ruhigen Betrachtung der Dinge zu zwingen. Wenn du diese Karte erhältst, ist das ein Zeichen, dass du die Konzentration von deinem gegenwärtigen Tun abziehen und deine Aufmerksamkeit auf anderes richten musst. Wenn du dich abkämpfst, wirst du dich nur weiter in einer verfahrenen Situation hin arbeiten. Entschuldigung. Jetzt ist nicht die Zeit, um voranzuschreiben, sondern um beobachtend wahrzunehmen. Nach einer Weile wird sich Klarheit über deine Situation einstellen. Halte inne und erfreue dich an dem, was du bisher übersehen hast. Bald wirst du aus dem Sumpf heraus sein. Jetzt aber werde still und wisse, dass das göttliche Prinzip einen Plan mit dir hat. Ja? Sehr wichtige Botschaft hier, Nummer 2. Also, alles sind wichtig, aber ich meine, das ist eine wichtige Botschaft. Im Sumpf, ja? In sich hinein kehren, damit man Klarheit erschafft, ja? Okay. So, meine Liebe, wow, das war Oracle Engels, ja? Os Anjos. In Liebe, Cometa Luz. Bye.